Guten Morgen, auch von mir. Vielleicht, ich war gerade so begeistert von diesem fantastischen Musik-Unterstützungsübergang in die Spenden hinein. Wow, was für ein fantastisches Lied für eine Spendensammlung. Lass uns doch mal der ganzen Technik und Stream und es ist eine gute Möglichkeit, mal Ehre und Danke und schön, dass ihr das alles macht. Das ist immer wieder gut und es ist wirklich so viel Kleinstarbeit, so viel Details, so viele wichtige Dinge zu beachten und ihr macht das alles so fantastisch mit so viel Herz und Leidenschaft und Exzellenz. Vielen Dank dafür. Ich war ja letzte Woche am Livestream, leider, aber auch schön, einfach so diese, was wir für Möglichkeiten haben. Ich bin da immer wieder so dankbar für, dass wir euch in der Gemeinde haben, die sowas können und machen und auf der anderen Seite, dass wir einfach auch ins Land hinein irgendwie strahlen können und Gottes Wort weitergeben können. Ich möchte euch heute ermutigen mit einem Wort und es ist einfach so, wie Johanna auch schon die Einleitung gemacht hat, dass wir in sehr bewegenden Zeiten sind, jetzt nicht erst seit den letzten Wochen, sondern auch eigentlich den letzten Jahren. Und ich möchte einfach über das Licht reden, ein bisschen, was leuchtet in der Finsternis. Und dort wird von Jesus geredet in Johannes 1,5. Da heißt es, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und das Wort Katalambano, was wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen wird, aber es war ein Versuch, dieses Wort heißt wirklich überwältigt, eingenommen, in Besitz genommen. Also das Licht leuchtet in der Finsternis, das heißt, es gibt Finsternis. Das ist irgendwie nichts Neues und doch ist es immer wieder schockierend für das menschliche Herz. Was wir an Finsternis sehen, in unserem Leben, in unserer Welt, persönlich, in Kriegen, in Dingen, die passieren, es lässt einen nicht halt. Das ist nichts nur Blöde. Das ist richtig Finsternis. Das ist richtig schwarz. Das ist richtig, es gibt da keinen Gewinner drin. In dem Krieg gibt es keinen Gewinner, es gibt nur Verlierer. Weil es einfach schrecklich ist, fatal ist, die Folgen schlimm sind. Und es gibt Finsternis. Und dann heißt es, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen und heute lebt er, wenn du ihn kennst, in dir und in mir. Und wir sind dann das Licht. Er hat uns gesandt als Licht in die Finsternis. Ich finde es immer wieder so schön, dass das Wort Gottes und auch das Evangelium, die Rettung Jesu und das Königreich Gottes ist nichts für so eine Ponyhof-Welt. Und das ist so gut, weil wir leben alle nicht darin. Vielleicht spürt ihr es, der eine mehr oder weniger in seinem persönlichen Leben. Und ich weiß noch, wir haben damals, als wir so studiert haben, wir hatten so eine coole Gruppe. Und wir haben dann irgendwann, dann haben wir, dann haben, ja, wurden wir älter. Und dann war so, oh, mit dem Älterwerden werden auch die Probleme größer. Also wir haben dann so gesagt, nein, jetzt sind wir irgendwie älter, erwachsener und jetzt wird aber auch die Dimension von dem, was wir an Herausforderungen haben, größer. Und so haben wir alle Herausforderungen und leben in dieser, mittendrin in dieser Welt. Aber Jesus sagt, die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt, nicht eingenommen. Und dieses Licht ist heute real, es lebt in uns und es ist Jesus, der in uns lebt. Ich habe jetzt die Tage gestern ein Zeugnis gehört von einer jungen Frau aus unserer Mitte, die in einem muslimischen Land ist, die dort Einsätze macht, dort Menschen hilft, die einfach mit einem Team da ist. Und sie hat erlebt, dass zwei oder sogar drei Frauen, die von Geistern geplagt worden sind, die den Namen Jesus vielleicht mal gehört hatten, aber die nicht die Kraft Gottes erlebt haben, die Jesus nicht kennen. Und sie sind zu ihm gekommen, eigentlich als ein medizinisches Team, haben gesagt, ich brauche Hilfe. Und dann wurde klar, okay, das sind eigentlich sehr präzise, das sind Geister, das sind Dinge, die mich quälen, die mein Leben quälen. Und die eine Frau hat angefangen, sich selbst mit dem Messer zu verletzen und in der Nacht hat sie immer das Gefühl, sie müsste jetzt ihre Familie in was antun. Und das hat sie gequält, das hat sie logischerweise über Jahre gequält und sie kam und sagte, das ist mein Problem. Welche Medizin gibst du da? His name is Jesus. Meine Medizin heißt Jesus. Es gibt keine schlechten Nebenwirkungen. Es gibt anderen, es gibt Nebenwirkungen, die heißen radikale Liebe. Du wirst dein Leben verlieren. Es wird dich alles kosten, aber alles Böse wird verschwinden, weil der Name Jesus höher ist als jeder andere Name auf dieser Welt und darüber hinaus. Und sie haben erlebt, wie die eine Frau hat erlebt, dass sie gesagt hat, sie ist wie aus einem bösen Traum erwacht, wo sie seit Jahren drin war. Sie ist erwacht aus diesem Traum und hat Freiheit erlebt. Und wir segnen sie auch jetzt da, wo die Einzelnen noch auf dem Weg sind, wirklich Jesus als Herrn und Retter anzunehmen. Wir segnen das jetzt in Jesu Namen, da wo jetzt Gespräche stattfinden. Herr, wir segnen das von Jesus. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist gut. Und es soll nicht nur bei Einzelnen bleiben, sondern Herr, wir beten, dass ganze Familien errettet werden und deine Kraft erleben, deine Errettung, aber auch die errettende Kraft deines Königreiches. Herr, das ganze Familien, Herr, die so geplagt sind, Herr, die so traumatisiert sind, dass sie geheilt werden durch deinen mächtigen Namen, Jesus. Amen. Wow, das ist die Realität unseres Königs. Wir leben in einer Realität von Finsternis, aber das Licht ist stärker als die Finsternis. Und das ist eine Realität, in der wir leben dürfen und was wir miterleben dürfen. Und ich möchte heute ein bisschen reden über das Reich Gottes und wie strategisch Gott eigentlich ist. Wir sehen so Entwicklungen auf dieser Erde, Dinge, die nicht gut sind, Dinge, die wir noch nicht einordnen können. Aber das Reich Gottes breitet sich gerade aus und Gott ist sehr strategisch. Gott ist nie erstaunt über irgendetwas. Wir erfahren was, wir bekommen News, wir, manche haben es vielleicht prophetisch, manche Dinge schon ergriffen, aber selbst das ist wie, aha, wow, irgendwie wachen wir manchmal so auf, wir sehen Dinge, wie sie wirklich sind, wir können Dinge einschätzen. Das ist so ein Prozess bei uns manchmal, aber wir müssen verstehen, dass Gott nie erstaunt ist. Dass Gott tausend und aber tausend Wege, kreative Möglichkeiten hat, sein Königreich auszubreiten und er tut es. Und das Erste ist, dass er es in deinem Leben tut. Ich möchte euch ein Zeugnis von einer ganz lieben Frau in Uganda erzählen und es ist eins der vielen Zeugnisse, aber das ist eine Sache, wir waren ja im Januar in Uganda, Tom und ich mit einem Team und eine Sache, die mich so begeistert hat, ist, dass ich wirklich so oft erlebt habe, dass der Heilige Geist souverän Dinge wirkt, Zuspitzungen schafft, Zufälle auf so vielen Ebenen, das kann sich keiner ausdenken, das war so grandios und so schön und heilsam und Gutes bringend. Also Gott macht nicht einfach nur Schnips, sondern Gott hat so Wege, wo du denkst, oh wow, wie konnte jetzt der dem das an dem Tag und diese Zeit und oh wow. Und eine Frau, die wir kennengelernt haben, die kennen wir schon ein paar Jahre jetzt, ganz liebe Frau, die ist zu diesem Upper Room Revival Meeting, was wir gemacht haben, gekommen, Halleluja, das war wirklich stark. Und das Witzige ist, dass sie gar nicht kommen wollte und auch gar nicht jetzt mega vorbereitet war. Sie hat halt die Einladung bekommen, sie ist eine Leiterin auch und sie hat sich halt gedacht, naja, eigentlich kann ich nicht. Und irgendwann hat es dann schon gestartet und dann hat sie gesagt, naja, vielleicht gehe ich mal vorbei und gucke mir das mal an. Sie kannte uns halt und dann hat sie gedacht, ich schaue da mal vorbei. Und es war an einem Ort, den Gott spezifisch ausgewählt hatte, in der Organisation, wo wir dort waren und die halt einen großen Campus hatten, wo wir sein durften, was echt schön war. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal gibt es ja so Hintergrund-Stories, die du einfach nicht kennst und du bist ganz unbescholten und das ist richtig, richtig gut. Aber sie hatte eine richtig lange Story mit diesem Ort und Gott hatte uns aber konkret gesagt, geht an diesen Ort. Und sie wollte auch nicht an diesen Ort, weil sie dort lange Mitarbeiter war und vor ungefähr fünf Jahren dort ein Riesenbruch war. Sie gehen musste, sie bis heute nicht versteht genau warum. Das war einfach zerbrochen, vorbei und sie musste gehen. Und sie ist mit großem Schmerz einfach weitergegangen, aber sie, als gute Christin wusste sie, ja, sie muss vergeben, sie kann es nicht mit sich schleppen. Sie hat vergeben, sie hat gebetet und gefastet, hat sie gesagt, damit sie loslassen kann, das vergeben kann und dachte, es ist okay soweit, hat aber gemerkt, immer wenn sie auf der Straße irgendwem von ihren alten Leitern begegnet ist, hat sie die Straßenseite gewechselt. Ist sie dran vorbei, sie wollte ihnen nicht begegnen. Und eigentlich war der Schmerz halt noch da. Und dann kommt sie, was ich schon sehr erstaunlich finde, dass sie überhaupt kommt, an diesen selben Ort wieder, wo sie so lange Mitarbeiter war, wo sie so zerbrochen gegangen ist. Kommt sie und sie ist da, du merkst so, am Anfang saß sie, also man hat es schon gemerkt, sie ist nicht ganz frei dort. Und mit der Zeit, sie macht auch Lobpreis, wir haben dann gleich gesagt, sing doch vorne mit. Und dann stand sie auf derselben Bühne wieder, wo sie früher gestanden hat. Und es war eine Riesenüberwindung für sie. Und dann hat der Heilige Geist, der eines Tages, also es hat sich wie so gesteigert, man saß so richtig, sie ist da geblieben und sie ist richtig berührt worden an einem Abend. Der Heilige Geist hat sie so richtig, die konnte nicht mehr singen, sie war einfach irgendwo da. Und ich war auch öfters da unten. Und dann war diese Koinzidenz, dieser Moment, dieses göttliche Zusammenspiel. Und zwar hatte einer von unseren Gast-Sprechern das Wort dann für diesen Campus. Er hat gesagt, alle, die hier mitarbeiten, kommt nach vorne. Und sie hört es schon unten und kriegt total die Krise. Also ich denke, jetzt nennt er auch noch den Namen, jetzt ruft er auch noch die Leute an. Und es war halt so, wir waren an diesem Ort und alle waren so, es war offen. Und es waren jeden Tag, kam mehr von denen. Und sie war so, Gott, nein. Und all der Schmerz kam raus. Und ich war halt gerade bei ihr und habe ihr gedient und ich habe keine Ahnung, was da passiert war. Also ich habe einfach nur gemerkt, sie schrie auf einmal. Da kam so viel raus und ich hatte nur das Wort, irgendwas läuft ab an Schmerz bei dir. Und es war so krass. Gott hat sie so berührt und es kam alles raus an diesem Schmerz. Gott hat währenddessen den anderen gedient. Das war eine herrliche, die anderen hatten eine super Zeit und sie war voll in ihrem Film. Das ist manchmal so. Manchmal bist du ganz so anders, aber es ist richtig gut, weil der Herr ist mit dir. Und sie beschreibt es dann, dass da irgendwas gegangen ist. Der Heilige Geist hat zu ihr gesagt, es ist okay. It's done. Es ist getan. Es ist vorbei. Und sie hat einfach richtig viel geweint. Sie hat, all der Schmerz kam raus. Der Herr hat sie getröstet an diesem Abend. Das war, glaube ich, der letzte Abend auch. Und sie hat eine ganz neue Freiheit bekommen. Sie sagt es sie jetzt. Sie kann Leitern begegnen und sie lachen zusammen und reden über die alten Zeiten. Good old times. Und sie ist einfach komplett befreit von dieser Geschichte, von diesem Schmerz. Und sie kann nach vorne schauen und sie merkt, so ist es wieder alles. Das ist möglich. Keine Ahnung, ob das da wieder zusammen geht. Aber sie ist so, wow. Ich spüre wieder, Gott hat was mit mir vor. Da kommt noch was. Und ich will das jetzt. Ich will in meinen Berufen reingehen. Und so ist der Herr für sie. So ist der Herr für dich. Wenn es irgendetwas gibt, eine alte Wunde, vielleicht irgendwas, wo du Freiheit brauchst, wo Dinge noch nicht okay sind, wo du Heilung brauchst, wo du Mut brauchst, wo du Kraft brauchst. Egal was. Der Herr ist dabei mit einem strategischen Plan, genau das in deinem Leben zu bewirken, was du brauchst. Und für manche ist es heute, für manche ist dieser Moment von Zuspitzung, genau diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Du spürst genau jetzt, that's my time. Das ist meine Zeit. Und ich möchte dich bitten, wenn du das bist, dann reagiere vor allem dem Herrn gegenüber. Wenn du irgendwas dafür tun musst, tu es. Alle Freiheit. Aber es gibt Zeiten, wo der Herr Dinge zuspitzt. Und manchmal fühlst du dich erstmal krasser an, weil Dinge rauskommen. Aber da ist Freiheit. So wie Christoph gestern Abend gesagt hat, manche spüren, es ist nicht okay. Irgendwas ist nicht okay. Du spürst es nur, weil der Herr was tun möchte. Und er hat alles für dich vorbereitet. Und wenn du merkst, da ist es noch nicht passiert, dann sei guten Mutes, weil der Herr ist dabei, etwas zu bewirken in deinem Leben, was seinem Namen Ehre gibt. Amen. Das Gute ist, dass es für uns gilt. Aber es gilt nicht nur für uns. Sondern es gilt auch durch uns für andere. Ich glaube, viele von euch kennen die Geschichte von Esther. Ein oft zitiertes Beispiel. Esther war eine junge Frau, unscheinbar aus dem jüdischen Volk. Ihre Eltern sind gestorben. Und sie hatte einen Onkel, der sich um sie gekümmert hat. Tragisch wahrscheinlich. Eine Lebensgeschichte gehabt. Und sie, es war eine Zeit, wo der König, ein fremder König, wo sie eigentlich verschleppt worden sind. Sie waren also quasi nicht gerade die Obersten dort oder die Anerkanntesten. Und sie kam dort in eine Zeit, wo der König eine neue Königin gewählt hat. Das war leider damals so. Er hat die eine, war nicht mehr, jetzt hat er eine neue gewählt. Und dazu wurden ganz viele Frauen gesucht. Und unter anderem war sie mit in diesem Pool drin. Und genau, sie wurde Königin. Aber warum? Weil sie Gunst hatte. Sie hat einfach Gunst bekommen. Gunst ist sowas wie total unverdient. Sie sah auch gut aus, schreibt die Bibel. Aber da sahen wahrscheinlich viele gut aus. Sie hat Gunst gehabt. Und zwar bei dem, der alle vorbereitet hat. Bei dem Nächsten hat sie auch Gunst gehabt. Und dann hat sie beim König Gunst gehabt. Und er hat sich gesagt, ja, sie ist nett, die nehme ich. Und sie ist Königin geworden. Sie ist Königin geworden. Von einem, aus einem anderen Volk. Niemand wusste das, dass sie Jüdin ist. Und sie ist einfach mal Königin geworden. Und ich meine, wenn Gott dich in Position bringt, weißt du vielleicht noch nicht warum. Aber es müsste keine schlechte Position sein. Also ich glaube, das Leben am Hof war nicht das Schlimmste, was dir in der damaligen Zeit passieren konnte. Ich weiß auch nicht, ob es Bombe war. Aber es gab Schlimmeres wahrscheinlich. Es ging dir zumindest irgendwie, du hattest Essen und so weiter. Du warst irgendwie geschützt. Und sie war dort am Hof. Und dann kam so der Zeitpunkt, wo wegen einem anderen Komplott, einer, wie auch immer, auf jeden Fall sollten alle Juden im Land umgebracht werden. Und ich werde die Geschichte heute gar nicht zu Ende machen. Mir geht es um den Anfang. Also Esther ist an einem Platz, wo sie nur durch Gunst und Gnade in den Augen von Menschen hingekommen ist. Und dann wird dieser Platz auf einmal relevant. Vorher war es irgendwie eine gute Sache, weil ihr Onkel hatte zum Beispiel dann auch mitbekommen, ah, das ist ein Komplott gegen den König und dann konnte er ihr das weitergeben. Also das war gut. Aber die echte Relevanz kam, als alle Juden im ganzen Land umgebracht werden sollten. Und die Juden hörten das und waren natürlich sehr bestürzt. Und sie in ihrem Königshof dachte sich, was ist denn da los? Wieso sind die denn alle da am Weinen und zerreißen ihre Kleider? Und dann hat sie es halt mitbekommen und ihr Onkel hat gesagt, geht zum König. Und sie sagt, das kann ich nicht, weil eigentlich darf ich gar nicht von alleine kommen. Und dann sagt er diesen doch sehr berühmten Satz, Halleluja, den ich sofort finden werde. Such a time as this. Amen. Ich wollte ihn wortgetreu vorlesen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Wer weiß schon, warum du gerade dort bist, wo du bist? Es könnte sein, dass es sehr relevant wird. Es könnte sein, dass dein Gott, der alles im Blick hat, der große strategische Pläne zur Erweiterung seines Königreiches voller Liebe, Schönheit, Heilung macht. Dass er dein Leben gerade baut, nutzt und dich positioniert, sodass es zur entscheidenden, relevanten Zeit etwas durchbricht für sein Königreich. Esther hat erstmal Angst, weil ihr Leben auf dem Spiel steht. Nicht nur, weil alle Juden getötet werden sollen, sondern weil sie eben gar nicht zum König darf. Alleine. Und das könnte ihr Leben kosten. Und ich finde es irgendwie auch schön, weil sie nicht gleich Juhu schreit und der große Märtyrer ist, sondern sie ist eine ganz normale Frau, die einfach auch ihr Leben retten möchte, wie du und ich. Und der Onkel von ihr gibt aber nicht auf und er sagt genau diese Worte und er sagt, kannst du doch nicht dir überlegen, du wirst jetzt gerettet und wir sterben alle, sondern vielleicht ist es gerade für diese Zeit. Geh doch diesen Schritt. und sie lässt sich darauf ein. Und wisst ihr, manchmal brauchen wir Familie, Freunde, Familie Gottes um uns herum, die geistlich klar in unser Leben reinsprechen. Manchmal hängen wir so in unseren Herausforderungen drum, aber vielleicht brauchst du jemanden, der mal reinspricht und sagt, vielleicht bist du deswegen dort. Vielleicht hat Gott da einen Plan mit dir. Vielleicht gibt es auch einen anderen Ort, wo Gott einen Plan mit dir hat. Und es ist nicht immer fix, dass du da unbedingt bleiben musst, aber der Herr hat was vor mit deinem Leben. Und manchmal brauchen wir die Ermutigung voneinander und ich glaube, es ist wie irgendwie immer. Sie sagt dann auch, ich schaffe das nicht alleine, aber wenn ihr alle betet und fastet und ich auch mit meinem Team, dann gehe ich den Schritt. Und das ist so gut, weil wir haben alle Berufungen in unserem Leben, wir können das nicht allein. Wir brauchen einander, wir brauchen, ich brauche dich, dass du für mich betest und du brauchst mich, dass ich für dich bete. Wir brauchen einander und wir müssen einander um Hilfe fragen. Hey, ich spüre, das und das ist dran vom Herrn. Kannst du für mich beten, damit ich die Kraft habe, den Schritt zu gehen? Weil es wird uns immer was kosten. Ob es jetzt Menschenfurcht ist oder ob es andere Furcht ist oder was auch immer, Bequemlichkeit oder schlimmere Dinge, die uns wirklich bewegen. Es wird uns was kosten, aber wir haben Freunde, Familie, wir haben eine geistliche Familie, die uns unschieren kann, und die uns ermutigen kann, die für uns beten kann und zusammen mit dem, sie bittet um Unterstützung, sie betet, fastet, sagt, betet ihr und fastet. Sie geht dorthin und im Endeffekt wird alles gut. Sie rettet ihr Volk. Sie rettet ihr Volk. Aber sie ist nicht die große Heldin, die glorreich da durchgegangen ist, sondern sie ist einfach eine Person gewesen, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit Unterstützung ihrer Familie. Einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wisst ihr, die Taktik Gottes ist, dass er dich nicht erst an den Platz bringt, wenn es notwendig ist. Sie ist nicht erst Königin geworden, als die Juden dann in Gefahr standen. Sie war schon Königin. Sie war schon lange drin. Kein Mensch wusste, dass sie Jude war. Das war schon, der Move Gottes war schon längst da. Wisst ihr, und es ist auch, wenn wir so Dinge hören, auch mit Kriegen und allen möglichen Dingen, Gott hat schon Dinge dort in Position, die wir noch gar nicht wissen. Dinge, damit sein Königreich aufgebaut wird, damit Menschen geheilt, versöhnt. Ah. Gott hat dich schon längst positioniert, vielleicht innerlich, vielleicht äußerlich an bestimmten Stellen, damit du zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort bist. Wir brauchen da keine tolle Schleue. Oder wie Rebecca, die einfach, die hat auch nicht gewusst, der hat zu mir gesprochen und dann bin ich zu dieser Konferenz gegangen. Nein. Sie hat einfach gedacht, das ist eine gute Idee. Manchmal haben wir einfach mal eine gute Idee und denken, ja, könnte ich mal machen, aber es ist voll der Move vom Herrn. Ah. Es ist so gut, weil es hängt dann nicht so, so, so sehr an uns, sondern Gott ist dabei, was zu tun. Und ob du es weißt oder nicht, du bist an einem Ort, wo Gott dich gebrauchen möchte. Wir haben Freunde in Polen, die haben wir erst vor zwei Jahren kennengelernt. Die sind in Krakau und er ist Südafrikaner, sie ist Polin, sie haben sich in Afrika kennengelernt und er hatte immer schon Ruf für Polen, also sind sie nach Polen gegangen. Hatten aber eigentlich immer wieder aus dem Herzen, und ach, Südafrika wäre auch schön. Kann ich verstehen. Polen ist auch sehr schön. Und sie wussten, sie sollen in Polen bleiben. Sie haben dort Dienst gemacht, sie haben wunderbare Dinge unterstützt, ganz schön. Aber jetzt, for such a time as this. Sind sie in Krakau? Sie haben dort ein Team, sie gehen an die Grenze, sie helfen Leuten, sie erzählen Leuten von Jesus. Sie hatten immer schon auf dem Herzen einen Ort von Community zu schaffen, wo Leute ein Zuhause finden, wo sie ankommen können. Wahrscheinlich haben sie sich überlegt, für ganz andere Leute, jetzt wissen sie, okay, ukrainische Flüchtlinge, wir sind ready, die Vision ist da, wir suchen ein Haus, es geht los. Er ist so gut. Gott ist so, so gut. Er ist so vorbereitet. Er bewirkt Dinge, die, wo wir manchmal gar nicht, wir verstehen das gar nicht. Es sind Dimensionen, die wir gar nicht nachvollziehen können. Manchmal flippe ich aus, weil ich denke, das ist einfach zu verrückt. Wisst ihr, wir sind jetzt mit ihnen verbunden, weil Tom vor zwei Jahren, stehen wir im Gebetsraum an der Weltkarte und er sieht irgendwie von Deutschland blubbert was über nach Krakau. Okay, nee, nach Polen, genau, nach Polen. Wir so, aha, sollten wir mal nach Polen gehen. Und so lernen wir sie kennen über zig noch andere, also wisst ihr, es ist so Details und warum gerade Krakau und dann die dort und warum lernen wir sie kennen. Okay, dann das, dann gehen wir ein Jahr hin, dann haben sie auf dem Herzen, lass uns ein Iris Europe Camp machen. Wir so, okay, okay, wow, ja, wir unterstützen euch, come on. Das haben wir letztes Jahr gemacht, da waren 60 Leute, die sie alle vorher noch nicht kannten. Jetzt haben sie Verteiler mit Leuten drin, die alle sie supporten, die ihnen helfen, wo vielleicht bei den Teamen geht. Also versteht ihr, das sind so Dinge, das waren noch nicht da vor zwei Jahren. Das war nicht existent und sie haben gar nicht mal viel dafür gemacht. Sie haben zwei verrückte Deutschen, die gesagt haben, wir würden mal kommen, wir bringen gleich mal fünf Leute mit. Da haben sie gesagt, okay, welcome. Das ist so herrlich, wie groß Gott ist, wie strategisch, wie detailliert er Dinge macht mit dir an dem Ort, wo du bist. Und ich glaube, es gilt für diese Krise, aber ich glaube, es gilt auch für viele andere Dinge, die wir noch nicht erlebt haben. Wir wissen nicht, was kommt, aber Gott weiß es. Und jetzt ist die Frage, was ist denn meine Aufgabe jetzt? Was mache ich denn damit? Zum einen darfst du glauben an Gott haben. Selbst wenn du keine Ahnung hast, was du eigentlich gerade machst in deinem Leben, Gott weiß es. Wenn du die letzte offene Tür genommen hast und jetzt stehst du da, Gott weiß es. Gott weiß, warum er dich dorthin stellt. Gott weiß, warum er dich in diese Ehe gestellt hat. Ich glaube, Ehen sind sehr strategisch beim Herrn. Wirklich. Freundschaften auch. Beziehungen auch. Bekanntschaften. Jemand, den du vielleicht flüchtlich mal gesehen hast, vielleicht wird diese Beziehung sehr relevant in der Zukunft zu sein. Jetzt müssen wir nicht alle die Krise kriegen und denken, für was? Sondern entspannen wir uns. Lass uns mit dem Herrn mitgehen. Und manchmal heißt es, wir folgen konkreten Schritten, Impulsen. Manchmal passiert das Königreich Gottes und wir merken es erst im Nachhinein, wie schlau Gott eigentlich Dinge macht. Und oft sind es auch gar nicht schwierige Dinge, sondern oft sind es so, Gott ist so liebevoll in dem. Er macht so durch unsere Herzen durch und ach, den mochte ich einfach und dann haben wir Zeit verbracht und dann haben wir mal einen Einsatz hier oder da und dann irgendwas entsteht daraus. Und merkst du, ja, das ist Familie, das ist Königreich, das sind Herzen, Menschen, Leben, aber auch Strategie, der richtige Zeitpunkt, am richtigen Ort, weil Jesus kommt und er richtet sein Königreich aus, auf und er tut es jetzt. Hebräer 10, 38 und 39. Da heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die Glauben und das Leben gewinnen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Das ist jetzt kein Arbeitsauftrag. Jetzt weich mal nicht zurück, sondern hier heißt es, die Qualität deines geistlichen Seins, deiner Identität als Kind Gottes heißt, du bist kein Zurückweicher. Einfach nicht, wer du bist, ist nicht deine Natur. Und manchmal spüren wir das mehr, manchmal weniger, das verstehe ich alles, aber deine Identität, deine Natur ist jemand, der nicht zurückweicht. Egal, was da passiert, egal, was Menschen machen, egal, wie die Umstände sind. Wir sind nicht von denen. Und dieses wundervolle Wort, Hupostello, heißt zurückweichen, sich zurückziehen, schüchtern sein, sich bedeckt halten. Du bist nicht der, der zurückweicht. Du bist nicht der, der sich bedeckt hält, der reagiert. Du bist ein Kind Gottes. Gott hat dir Dinge aufs Herz gelegt. Go for it. Lass uns in diesen Zeiten mehr als je vorwärts gehen. Lass uns glauben, dass auch wenn wir Dinge noch nicht verstehen, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Er macht aus allem was. Kannst du machen, was du willst. Er macht was draus. Aber besser noch, folg ihm. Und lass uns mit dem Geist mitgehen, dem Wind des Geistes folgen und den nächsten Schritt gehen. Und wisst ihr, in dieser Zeit, das kann so unterschiedlich aussehen. Für manche heißt es praktisch dieses und jenes. Für andere heißt es beten hier und dort Nächte und Tage. Für andere heißt es leb das und das. Für andere heißt es flieg sonst wohin und tu es dort. Es gibt keinen Blaupause. Es gibt dich und den Herrn. Für andere heißt es sei treu in deiner Familie. Sei treu auf deinem Arbeitsplatz. Ich habe einen Artikel gelesen, wo es heißt, die Deutschen sind, es war keine wissenschaftliche Studie, einfach mal so ein Meinungsbild. Die Deutschen sind total, wie heißt es, unter Schock, starre erst Covid und jetzt Krieg in Europa. Und ich glaube schon, das ist eine Realität, dass du Leute um dich rum hast, die brauchen das Licht. Die brauchen Hoffnung. Die brauchen Leben. Die brauchen einfach nur jemanden, der andere Perspektiven hat, der Jesus hat. Ihr müsst nicht sonst wohin gehen oder sonst was tun, aber wenn, dann tut es dem Glauben und dann wisst, dass es die Zeit für euch ist. Der Herr ist dabei, etwas zu machen. Wisst ihr, und ich möchte einfach in dem Kontext auch, was heißt es für uns, wir werden jetzt eine Bibelschulreise nach Armenien machen. Halleluja. In zwei Wochen geht es los. Das ist richtig, weil es der Herr gesagt hat und weil jetzt die Zeit ist und wir wissen nicht, wofür es gut sein wird, aber der Herr wird was machen und wir werden im Mai werden wir hier in Berlin ein riesen Zelt haben, wo sich Tausende bekehren. Amen. Und das ist richtig, weil es der Herr gesagt hat und jetzt die Zeit dafür ist und es ist genauso richtig, dort zu sein und hier zu sein und da zu sein. Versteht ihr, wir sind alle Puzzlestücke und wir müssen alle mit unserem vorwärts gehen. Wir müssen als Gemeinde mit dem vorwärts gehen, was wir haben und die andere Gemeinde geht mit dem vorwärts, was sie hat und so ist es ein großes Bild im Leib und der Herr baut sein Reich unaufhaltsam und es hat was mit dir zu tun. Es hat was mit deinem wunderbaren, kostbaren Leben und deiner Seele, die heil sein soll, zu tun, deinem Körper, der heil sein soll, aber es hat auch was mit dir zu tun als Licht in dieser Welt. Lass uns doch aufstehen und ich möchte irgendwie so Herr, einfach Herr, ich danke dir, dass wir alles haben, was es braucht, weil wir dich haben. Ich danke dir, dass du noch viel besser und wundervoller und schöner und kreativer bist, als wir uns das vorstellen können. Jesus, du bist der Sieger und ich rufe diesen Sieg aus, Herr. Und ich danke dir, dass heute ein Tag der Heilung für Einzelne ist, wo du Dinge vorbereitet hast für heute. wo du etwas kumulieren lässt heute, wo es nur noch vorwärts gibt und kein zurück mehr, wo es eine neue Season kommt, die heute startet, Herr. Ich danke dir dafür. Ich möchte euch bitten, wenn ihr das spürt, könnt ihr gerne nach vorne kommen, wir werden später auch beten, aber es ist mehr jetzt so eine Zeit, wo ihr einfach reagieren könnt, wo ihr wirklich ein Statement setzt vor Gott, wo ihr ihm das sagt, wo ihr mit ihm redet, wo ihr was auch handelt. Manchmal ist es gut, sich zu bewegen und damit was zu versiegeln, zu sagen, Herr, hier stehe ich vor dir. Herr, ich komme an diesen Platz, ich ändere meine Position. weil heute ein Tag ist. Herr, der soll, das ist mein Tag. Es gibt so Bewegungen Gottes, wo er einfach handelt und tut, aber es gibt auch uns, die wir sagen dürfen, Herr, ich heute, ich habe das gehört und es soll mein Tag sein. Gott ehrt es, Gott ehrt deinen Hunger, Gott ehrt deine Sehnsucht, deine Leidenschaft. deine Leidenschaft. Gott ehrt Gott ehrt Gott ehrt Das ist so gut, Herr. Für dich ist das Land, für dich ist das Land, du bist heilig, heilig. Bist du heilig, bist du heilig, heilig. Bist du heilig, bist du heilig, heilig. Allmächtige, würdig ist das Land, würdig ist das Land. Amen. Amen. Alle, jede andere macht alles, gequält sein, jede Krankheit muss weichen. In deinem Namen, Jesus. Du bist der Heiler und du bist der Sieger, du bist der König. Und du antwortest heute, du bist der, der antwortet, du bist der, der neuen Mut gibt. Wenn ihr beten aus dem Gebetsteam, ihr könnt gerne hier vorne einfach beten schon, während ich dann, ich möchte einfach diese andere Gruppe noch aufrufen oder ermutigen zu reagieren. Und zwar, wenn du spürst, es gibt einen Schritt für dich zu tun. Es gibt einen Schritt für dich zu tun, hinein in eine Positionierung, die Gott dir eigentlich schon aufs Herz gelegt hat. Und du spürst, so wie Esther, okay, ich bin jetzt am richtigen Ort. Und es gibt ein Ding, eine Sache, einen Schritt, eine Tat, ein Wort, wo du vorwärts gehst, wo du eigentlich weißt, es ist dran. Und es kann dir keiner von außen sagen, das ist ein inneres Überzeugtsein in dir. Und du hast bis jetzt vielleicht nicht den Mut dazu. Und du hast gedacht, es ist die falsche Zeit. Und ich spüre, dass es so Einzelne gibt. Ihr merkt es jetzt. Und ich möchte euch bitten, hier nach vorn zu kommen. Ich möchte euch bitten, symbolisch diese Schritte zu gehen. Diese Schritte zu gehen und nach vorn zu kommen. Und dass wir euch als Gemeindefamilie segnen können, weil wir stehen mit euch. Wir stehen hinter euch. Ich weiß, dass es manchmal nicht leicht ist, Schritte zu gehen. Manchmal fühlen wir uns selbst gelähmt oder unfähig. Aber Herr hat heute Einzelne von uns, wo ihr sagt, da ist was, wo ich vorwärts gehen möchte. Da ist was, wo ich glauben möchte, dass Gott mich für diese Zeit hier hingestellt hat. Oder auch, du spürst eigentlich, dass Gott dich für einen anderen Ort vorbereitet hat. Und du merkst, ich weiß noch gar nicht, für welchen, aber du willst schon mal die Position ändern. Und dann kommt nach vorne, bitte. Kommt hier gleich vor. Also jetzt beim Letzten, was ich gesagt habe. Kommt richtig nach vorn. Kommt richtig, richtig nach vorne. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Für meine Brüder und Schwestern. Herr, danke, dass du voller Gnade bist. Danke, dass du voller Gnade bist. Danke, Herr, dass wir es nicht aus uns vollbringen müssen. Sondern da gibt es so viel Gnade von dir. So viel Gnade von dir. So viel Gnade von dir. Danke, Jesus. Und wir zerbrechen jede Finsternis, die euch aufhält, die euch zurückhält, die euch belügt. Und die sagt, ihr könnt es nicht. Ich zerbreche diese Lügen im Namen Jesus. Jesus, ihr seid berufen, ihr seid positioniert vom Herrn, von dem Höchsten, von dem, der alles unter seiner Hand hält. Ihr seid berufen. Das Licht ist in euch. Das Licht ist in euch. Das Licht ist in euch. Herr, ich danke dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für große Ermutigung. Danke für große Ermutigung. Danke für diese mutigen Frauen und Männer, die das so jetzt so vor dir festgemacht haben. Und du bist so treu, Herr. Du hast Dinge vorbereitet. Und es wird so gut werden, Herr. Es wird so gut werden, Herr. Und ich bete jetzt für eine extra Portion Glauben. Die Gabe des Glaubens über euch. In Jesu Namen. Ihr sollt jetzt Kraft empfangen. Ihr sollt Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Ihr sollt Kraft empfangen zu gehen. Ihr sollt Kraft empfangen, die Schritte zu gehen. Ihr sollt Kraft empfangen, die Schritte zu gehen. Die Kraft in Jesu Namen. Kraft in Jesu Namen. Kraft in Jesu Namen. Kraft in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Jede Mutlosigkeit verschwindet. Alle, auch Orientierungslosigkeit, Verwirrung raus. In Jesu Namen verschwindet. Ihr sollt gehen. Ihr sollt gehen, wozu ihr berufen seid. Ihr sollt hineingehen in die Dinge, die Gott für euch hat. Vielleicht kann ich ja einen Musiker haben. Bleibt einfach vom Herrn stehen. Ich glaube, der Herr teilt jetzt Dinge aus. Auch Strategien. Esther hat sich nicht einfach irgendwie auf den Weg gemacht. Esther hat nicht einfach irgendwas gemacht. Esther hatte konkrete Strategien. Sie hatte konkrete Schritte, die sie gegangen ist und die zum Ziel geführt haben. Und ich segne euch jetzt. Ich sehe, dass der Herr Strategien austeilt. Pläne. Wie so Strategie, Pläne, Schritte. Es geht nicht nur um einen Schritt, sondern bei einigen von euch, da sind ganze Wege vor euch. Und der Herr gibt euch jeden Schritt. Ihr dürft einfach seine Gegenwart spüren. Er ist mit euch. Und er wird euch jetzt eine Strategie geben, einen nach dem anderen vorwärts zu gehen, hinein zu gehen, in das, was ihr spürt, in das, wo ihr euch berufen fühlt, wo ihr merkt, das ist meins. Das ist mein Erbe. Das gehört mir. Wenn ihr Beter seid, kommt gern, segnet sie. Bitte kommt und lasst uns mit ihnen stehen. Ich sehe so richtig, lasst uns bei jedem einen stehen haben. Bleibt da gern auch ein bisschen. Das ist einfach, ihr sollt nicht allein stehen. Ihr steht nicht allein. Ihr seid Teil eines Leibes. Ihr seid Teil einer Familie. Ihr seid Teil derer, die vorwärts gehen. Wir gehen zusammen vorwärts. Wir gehen zusammen vorwärts. Wir gehen Jesus hinterher. Danke, Jesus. Wir können gern ein Lied singen. Da kommt jetzt auch ein großer Friede auf alle, die so merken, ich weiß gar nicht, warum ich bin, wo ich bin. Und ich fühle mich nicht irgendwie bedeutungsvoll. Und der Herr kommt einfach mit seinem krassen Frieden auf dich. Da ist so eine Gabe von Frieden, die kommt, dass du einfach zur Ruhe kommst. Wie ein Kind in der Brust der Mutter. Du kommst einfach zur Ruhe. Du kommst einfach zur Ruhe. Du hörst auf, dir 10.000 Gedanken und Strategien zu überlegen. Das kommt in deinen Geist. Das ist nicht in deinem Verstand. Und der Herr sagt, hör auf mit deinem Verstand zu versuchen zu verstehen. Hör auf, hör auf, hör auf. Ich gebe Dinge, die werden anders kommen. Die werden anders zu dir kommen. Das sind geistliche Offenbarungen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns zusammen ihm anbeten, er ist so würdig, er ist so würdig, er ist so würdig. Für dich ist das Land, für dich ist das Land, du bist heilig, heilig. Bist du Herr, der Allmächtige, für dich ist das Land, für dich ist das Land, du bist heilig. Bist du Herr, der Allmächtige, für dich ist das Land, für dich ist das Land, du bist heilig. Bist du Herr, der Allmächtige, für dich ist das Land, für dich ist das Land. Für dich ist das Land, für dich ist das Land, für dich ist das Land. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen. Mein ganzes Leben in dir verliehen, in dir verliehen, in dir verliehen. Ich will dir nah sein, ich will dir nah sein. Ich will dir nah sein, ich will dir nah sein. Ich will dir folgen, mein ganzes Leben in dir verliehen. Musik Es gibt zwei, drei, vielleicht auch mehr Leute. Ihr spürt einfach jetzt Angst, weil ihr Angst habt, was es bedeuten könnte, Jesus ganz nachzufolgen. Wenn ihr wirklich Ja sagt mit eurem ganzen Herzen, wenn ihr wirklich alles auf die Waagschale legt, wenn ihr alles auf den Altar legt, ihr habt Angst davor, was er sagen könnte, was er verlangen könnte von euch. Und ich möchte, ich spüre einfach heute so da rein zu sprechen und zu sagen, das ist nicht der Jesus, der real ist. Ja, es kann sein, dass er alles von dir will, aber er liebt dich. Er liebt dich. Er ist kein fordernder Gott, der irgendwas von dir abverlangt, was du gar nicht bist. Er liebt dich so sehr und in diesen Folgen wird Überwindung sein, aber es wird auch die Erfüllung von allem sein, was du dir jemals gewünscht hast. Er ist kein harter Gott, er ist kein Zuchtmeister, er ist niemand, der dich zwingt. Ich sehe, dass manche von euch, ihr habt so ein hartes Gottesbild, ihr habt so eine Angst vor Gott, weil das, was ihr glaubt, wer Gott ist, da hätte ich auch Angst. Und ich sehe, wie Jesus heute das so wegwäscht, dieses Gottesbild von diesem harten, anspruchsvollen Herrn, der euch zwingt und der nur den schlimmsten Weg immer hat für euch. Ich wasche das heute so weg. Heiliger Geist, danke, dass du wäscht heute. Danke, dass du Herzen wäscht. Auch da, wo Erfahrungen mit Autoritätspersonen nicht gut waren, danke, dass du das wie wegwäscht heute, dass wir dich klar sehen können, dass wir sehen können, wer du bist. Du bist der Sieger und du bist der Kriegsherr, dem wir folgen, aber du bist auch der, der uns so sehr liebt, der Liebhaber unserer Seelen. Herr, du bist all das, unser bester Freund, aber du bist auch, Herr, du willst auch dein Reich bringen, aber ich danke dir, dass es die größte Freude ist, dir zu folgen und Wunder und Zeichen mit dir zu erleben. Ich sehe, dass der Herr wirklich zu dir sagt, du hast die Freude nicht einkalkuliert, die Freude und den Fun, den es macht, es wird so gut werden, es wird dir so Spaß machen, mir zu folgen, es wird dir so Spaß machen, mein Königreich zu bringen und es wird dich sättigen, so wie Jesus sagt, mein Brot ist den Willen meines Vaters zu tun und es soll dich so sättigen, es wird dich so satt machen. So satt im Leben, dein Leben wird so satt werden, wenn du ihm folgst und ich sehe, wie er liebevoll dich heute fragt, willst du mir dein Leben geben? Und es gilt für Einzelne, ihr habt es noch nie gemacht. Wenn du das bist, dann streck dich heute zu ihm aus, wenn du spürst, ich will das, dann sag ihm das und erzähl jemand davon. Aber es gibt auch Einzelne, vielleicht betrifft es uns alle auch immer wieder, wo er einmal mehr sagt, willst du mir deine Vorstellung geben? Willst du mir deine Pläne geben? Willst du mir dein Timetable geben? Deine Ansprüche, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, kannst du mir das geben? Darf ich das nehmen? Und ich bete, dass ihr jetzt diese Augen mit Feuer seht, voller Liebe, voller Feuer. Deine Ansprüche, deine Wünsche. offered du mir dein Timetable geben, das ist das Wünsche, deine Sehnsüchte, kannst du mir das geben? Deine Ansprüche, deineảm ein Huang mit Feuer. Deine Ansprüche, deine Indianer, deine Ängeläi, deine especially, deine Stehnsüchte, kannst du mir das geben? Musik 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 music Musik 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 Dein König wohlt um dich. Ich spür das, wie Gott es zu mir sagt, aber ich glaub, das für andere auch noch gilt es so, dass er dich fragt, darf ich dein Herz zerbrechen für das, was mein Herz zerbricht? Darf ich dein Herz bewegen für das, was mein Herz bewegt? Ich sehe, wie Engel so Schriftrollen austeilen mit Fürbitte-Aufträgen. Und ich sehe, wie Einzelne jetzt Fürbitte-Aufträge empfangen, nicht als Kopfwissen, sondern das sind so Schriftrollen, die in das Herz reingehen. Die werden wie so vom Herzen, wenn ihr Ja dazu sagt, werden die vom Herzen aufgenommen. Und es ist wie so Aufträge, die ihr empfangt für bestimmte Gruppen, Länder, Nationen, Menschen, Altersgruppen für, egal, Nationen. Es sind bestimmte Aufträge, die in euer Herz reinkommen und Gott wird euch Strategie geben, was es heißt, was es für euch bedeutet. Aber erstmal ist es einfach ein Ja sagen. Erstmal ist es ein, Herr, du darfst in mein Herz reinmachen, was du reintun möchtest. Ich will Teil deines großen Clans sein. Ich will, dass mein Herz zerbricht, für das, was dein Herz zerbricht. Ich will eins sein mit deinem Herzen. Ich glaube, manche, ihr empfangt was und ihr werdet erstaunt sein, weil er eigentlich an ganz andere Dinge gedacht hat, die so logisch wären, die sinnvoll wären, die Sinn machen würden, menschlich. Oh Gott, gibt euch was ganz anderes aufs Herz. Du wirst nicht ruhen, bis ich dir ganz gehöre, mein Herz ist dein.